Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mi-Nachrichten war der 11. Juni 2020. Im letzter Zeit gab es ziemlich viele finstere Neuigkeiten, aber diese Meldung ist wirklich herzerdarmend. Junkern war ziemlich niedergeschlagen, nachdem sie versehentlich Salzstatt sogar in ihren Kaffee getan hatte. Genau in dem Moment blickte sie aber nach oben und sah eine Wolke mit dem Gesicht von ihr Misch. Das war, als ob ihr Misch wie es sagen wollte, dass alles nicht so schön sei, sagte sie. Ich habe mich gleich besser gefühlt. Misch, die Person, deren Gesicht in der Wolke zu sehen war, nahm keinen Kommentar dazu ab. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Ich bin ja so ausgeregt. Über das Thema weiß ich besser Bescheid als wir. Danke fürs Zuschauen. Ich bin also die Richter. Der 1. Juni war das Sendetatum dieser Mi-Nachrichten.